Wir schalten ins Kino. Die haben keine Ahnung. Wir sind also in einem Kino nicht weit von hier in Offenburg. Und ein vollbesetzter Saal. Die haben keine Ahnung, was gleich passieren wird. Sie freuen sich auf einen Film mit Denzel Washington. Und da kommt Denzel Washington auf die Tülle. Hello, 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 hello. Where are the pretzels? Where are the pretzels? Who's got the pretzels? Er fragt, wo die pretzels sind. Ah, here they are. Come on. Pretzels for everybody. Who wants you? Who wants a pretzel? Who wants a pretzel? Who wants a pretzel? There you are. Pretzels for you. Pretzels for you. Who wants a pretzel? Who wants a pretzel? Who wants a pretzel? I don't believe you. I don't go right down. You text me. Ich habe das Gefühl, die glauben gar nicht, dass er das tatsächlich ist. Denzel, können Sie mich hören? Come on, we go back up this way. I'm coming. I'm coming. I'm coming. I'm coming. I'm coming. I'm coming. Denzel, können Sie uns hören? Oh, you have yours already. Okay. Oh, you guys have pretzels already. There you go. Der ist total im Brezel-Wahn. Merkst du das? Yes. Brezel-Man. Brezel-Man. I'm Brezel-Man. Yeah. Brezel-Man, Denzel Washington, der hier bei einer Art Wettanlösung gerade sogar... Guck mal, jetzt haben die Ersten, glaube ich, begriffen, wer da tatsächlich vorhin steht. Ladies, we got enough pretzels. Jetzt tücken die Ersten die Kameras. We're good. Yes, good. Good, good, good. Well, enjoy the movie. Have a good time. It's a great movie. So entspannt sind die ganz Großen.